An der 34. Fifra haben rund 80 Firmen und Organisationen ihre Produkte und Dienstleistungen präsentiert. Erstmals hat die Fifra über das Pfingstwochland stattgefunden. Die Organisatoren sind mit den Besucherzahlen sehr zufrieden. Die Geschäftsführerin der FISP-Expo, die PA-10-Häuser, ziehen eine positive Bilanz. Wir sind sehr zufrieden. Wir hatten einen Freitag super stark. Samstag super Besucher, ein tolles Programm. Der Sonntag war bombastisch. Die Laternenhalle in FISP wird jedes Jahr mit viel Aufwand hergerichtet und bietet auf 2900 Quadratmeter Platz für die Aussteller. Das Interesse der Aussteller an der Fifra scheint ungebrochen. 88% der letztjährigen Aussteller waren in diesem Jahr wieder dabei. Für diese treue und gute Zusammenarbeit ist die Organisatorin PA-10-Häusern sehr dankbar. Ich möchte im Namen der FISP-Expo allen herzlichen Danken sagen, allen Ausstellern, vor allem euch den ganz treuen Ausstellern, die seit 34 Jahren dabei sind. Und jeder, der gekommen ist, die gaben sich enorm Mie in der letzten Zeit. Also es ist Qualität vorhanden in der Ausstellung. Danke vielmals, dass ihr gekommen seid. Und euch alle Besucher, wenn wir Danken sagen, dass sie den Weg in die Ternahalle gefunden haben. Es gibt Aussteller, die sind seit der Anfangszeit, also seit 34 Jahren schon dabei. Eines dieser Unternehmen ist die Bringen AG. In diesem Jahr hat sich die Bringen AG etwas Besonderes einfallen, wie ihr CEO, der Schumpier Bringen, erzählt. Die Fifra ist ein Ort, an dem man sich begegnen kann. Also die Unternehmer haben sehr viel Gelegenheit, sich zu präsentieren, aufzutreten. Wir haben das in den ganzen Jahren gemacht. Und das letzte Jahr, wie mein Vater, scheine 85 Stück feiern. Und ich darf dieses Jahr meine 30-jährige Jubiläum in der Bringen AG feiern. Und beim Überlegen, wie können wir so ein Geschenk an die Leute zurückgeben, das Glück, das wir über die ganzen Jahre haben, ist mir die Idee gekommen, dass wir, anstatt uns selber nochmals präsentieren, wie jedes Jahr der Stand, der eigentlich sehr gut gelegen ist in der Fifra, die diesen drei Stiftungen und Organisationen zur Verfügung zu stellen. Als Dank für das Glück, das wir gehabt haben. Und auch um den Leuten, die im Hintergrund so viel Arbeit leisten und dienen für Menschen, die in der Not sind, dann auch mal die Gelegenheit gegeben haben, euch zu präsentieren, wie Unternehmer das jedes Jahr euch machen können. Der Verein in Siemen Oberwallis und die beiden Stiftungen Emira und die Sonne für behinderte Kinder haben zusammen den Stand der Bringen AG unentgeltlich zur Verfügung gestellt bekommen, um sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Daniel Abgotsporn, Direktor von in Siemen Oberwallis, ist sehr zufrieden. Sehr positiv war das Ziel, dass wir in eine diskrete, gute Art und Weise auftreten können, dass wir mit den Leuten ins Gespräch kommen können und das sie zur Kenntnis nehmen und dass wir euch so aufzeigen, dass wir alle drei auf Spenden angewiesen sind, um ihre Arbeit kennenzulernen. Wenn wir vom Staat Emira und in Siemen Oberwallis subventioniert sind, ist es ganz wichtig, dass wir die Unterstützung von der Gesellschaft haben und von den Leuten im Oberwallis. Daniel Abgotsporn unterstreicht die Bedeutung dieser Institutionen. Ich kann so sagen, als Präsident der Direktoren des ganzen Wallis, von sozialen Institutionen, ist es für uns natürlich ganz wichtig, dass wir in einer Gesellschaft wahrgenommen werden, dass man auch weiss, warum das man zahlt. Wir sind euch bewusst, dass es viel Geld kostet, aber es sind ganz wichtige Angebote für Menschen im ganzen Wallis und auch eben hier im Oberwallis, die einen Wohnplatz brauchen oder Kinder, die das Recht auf eine Schülung haben oder einen Internatsplatz. Und von daher denke ich, dass es gerade in der heutigen Zeit auch in dieser Zusammenarbeit mitbringen oder aber auch mit politischen Kräften und anderen ganz wichtig, dass man das aufrecht erhält und auch alle dahinterstehen, dass das eine Notwendigkeit ist für unsere Gesellschaft. Aber auch noch andere soziale Organisationen gesellen sich dieses Jahr zu den Gewerbetreibenden dazu. Am Stand, gemeinsam für mehr Lebensqualität, treten die neun verschiedene Gesundheitsorganisationen vom Oberwallis an einen gemeinsamen Stand auf. Sie arbeiten oft vernetzt und wollen damit zeigen, was im Bereich Gesundheitsprävention im Oberwallis existiert. Die Zita Burgener, Beraterin Sippe Oberwallis, betont, wie wichtig Prävention ist. Das Ziel ist ja vor allem auch die Prävention, dass Jugendliche und Erwachsene auf diese Stelle zukommen und vielleicht auch, wenn Sie eine ganz einfache Frage haben, das muss gar nicht ein grosses Problem sein, das man muss haben, dass man sich an eine Stelle wendet. Und ja, mein Wunsch ist eigentlich, dass die Leute eher und vielleicht auch präventiv würden an diese Stelle gelangen. Der Erogast von diesem Jahr ist Fisch per Termino gewesen. Natur, Genuss und Kultur ist das Motto vom Heidendorf. Wer ein Faible für modische Accessoire hat, dennoch haben sicher die Kirchenhänden stets, die trendigen Pulswärmer interessiert. Sogar ein Pistofahrzeug hat sich eine Weg in die Laternenhalle gefunden. Auf 1150 Meter über dem Meer kann man nicht nur die höchstgelegten Reppen in Europa besteuern. Das prägend Element der terrassierten Rebberge sind die Trockensteimäuren. Von der Fivra hat man Einblick bekommen in das jahrhundertealte Handwerk vom Bau dieser Trockensteimäuren. Das erlebt momentan eine Renaissance. Ein Spezialist von diesem Handwerk ist der Beat Locher. Er erzählt, was die Ziele sind. Das Trockenmühurhandwerk, das wir ganz speziell von der Firma wieder erhalten wollen, wir wollen wieder schauen, das Know-how wieder ein bisschen bekannt zu machen, das Wissen zu retten und das Leid zu bringen. Beat Locher sagt, was für ihn die Faszination ausmacht. Es ist einfach tatsächlich das Handwerk. Es ist das Schaffen mit dem Stein. Es ist ein wunderbarer Rohstoff. Es ist ein Rohstoff, das sämtliche Entfaltungsmöglichkeiten erläutert. Es fordert uns. Es braucht sehr viel Wissen, Know-how, es braucht Erfahrung. Es braucht eine lange Anlaufzeit, bis man wirklich zu einem guten Trockenmühre kommt. Und es braucht vor allem aber einfach eine Liebe. Es braucht eine Liebe zum Handwerk, in keinem so stark wie mit dem Trockenmühre, weil in keinem Handwerk für euch die Möglichkeit, für die Fusche so gross ist wie mit dem Trockenmühre. Das Rahmenprogramm ist in diesem Jahr vielfältig. Die Moonstruck Jazzband zahlt für musikalische Unterhaltung. Wenn man mal einen Ausstellungsplatz an der Fifra hat, der gibt nicht so leicht wie der Rüff. Darum haben sie das neue Interessante Schwer an den Stand zu erhalten. Die Warteliste ist lang. Gibt es in der Zukunft an der Fifra vielleicht auch mal eine grässere Ausstellungsfläche? Also auch, wo wir ganz sicher sind, bis 2017 sind wir hier. Da gibt es eine neue Halle. Es ist eigentlich geplant, dass wir mehr Quadratmeter werden haben für die Ausstellungen. Hier jetzt im Aalto, in diesem Gebäude, kommt immer darauf an, was der Aerogast, wenn der halbe Halle braucht, haben wir noch halbe Halle, zur Verfügung, um die Wartelisten darauf zu tun. Und sonst, wenn wir hier nicht mehr anbauen oder umbauen, das machen wir nicht mehr. Vor der Fifra ist nach der Fifra. Am Schluss sitzt man sich zusammen, zieht die Bilanz und diskutiert schon über die Fifra im nächsten Jahr. Für neue Ideen sind die Organisatoren immer offen. So sollen die externen Auftritte im Rahmenprogramm weiter ausgebaut werden. Wir werden in dieser Fifra wieder eine Auswertung machen mit den Ausstellern. Wenn da nicht eh zwei Kunden, die man realisieren und abklären kann, sind wir immer offen. Was auch schön ist, dass wir hier externe Auftritte im Rahmenprogramm hatten. Wir waren auch am Samstagabend in Swiss Mountain Brassband und die Brass-Tons da. Und heute haben wir auch wieder eine externe Musik, die da ist. Das wäre auch noch schön, wenn wir das mehr in der Fifra integrieren könnten, dass wir externe Interessen haben, die Skikäpfchen dort zu bieten, dass wir das integrieren könnten. In der Fifra werden wir nochmals ein vielfältiges Rahmenprogramm. Das wäre super. Auch nächstes Jahr wird die Fifra wieder Mitte Mai stattfinden. Der Aerogast von der 30. auf Fifra wird Aros Enkermal sein. Die